Okay, alle bleiben erst mal schüttlich stehen. Was ist das denn? Mal wie der Lukas? Ja, mach mal ein bisschen. Was? Was? Nein, ich bin nicht schreien, einfach schau. Oh, schau doch nicht. Oh, oh. So, äh, was haben wir das? Eine Herd von Endermen? Eine Flock von Endermen? Eine Schwarm? Schaut loslegen. Oh, fuck. Funktioniert natürlich nicht am Ende, oder was? So, das ist das, was nicht funktioniert. Wahrscheinlich nicht am Ende, oder? Ha, 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 great! Man, also, wir verletzten, und jetzt, wir verletzen. So, wir gehen von, äh, eine Schuss-Machin, die ungefähr uns verletzt, und wir landen hier, in der Ende. Was ist das? Was ist das? Wahrscheinlich hat er eine Endform. Oder auch. Die bricht doch gleich zusammen. Okay, ja, wir gehen alle. Okay, wir machen das. Oh, oh, ah. Muss ich einfach nur weh drücken? Was muss ich machen? Ich hab Angst. Ich drücke einfach nur weh. Ich möchte keine Endermänner angucken. He, danke. Und du auch, Jesse. Danke, dass du mir einen Schuss gegeben hast. Kein Problem. Also der Ender-Drache ist anscheinend schon tot. Nur so. Warum hat er eine Treppe aus fucking Pisten? Kann die sich einfahren, oder was? Let's go. Ja, dann mal ab hoch. Hier muss man mein Schwert einfach mal aus. Mein Zeug, Schwert, Polent, Scherz. Ich hoffe, dass ich irgendwann etwas lieb, wie Thorin die Städte liebt. Ja, Städte sind was Schönes, ey. Wenn ich mal in meinem Urlaub ist, und... Ah, wenn man wandern geht, Berge hoch oder so. Jesse, kannst du mir einen Moment geben? Geht eine Hand? Oh, nein. Ich kann es gestalten. Danke. Wirklich? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Wir können weitergehen. Was ja die... älter... gibt's dann doch mal ne... ein Goldapfel oder so. So viele Städte! Es ist eine Leiter! Es ist eine schöne Leiter! Es ist eine schöne Leiter! Es ist eine schöne Leiter! Was auch immer das ist, sieht es aus wie das ist der Weg in! Nach dir, Mann! Hier geht's! Ja, mein Croft-Kletter-Sounds, das irritiert mich! Oh, what the fuck, das ist geil! Das ist ja übelst cool! Ich glaube, ich halluciniere ich gar nicht. Es ist wunderschön! Es ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe! Warum schwebt da? Ein Pilz! Auf dem Wasser! Genau da! Neben der Wolle, links! Das ist mein Körper, Axel! Mein broken, battered Körper! Oh Mann, das ist geil! Der Grund ist fast... ...schwisch, wie Karpon! Das sieht lustig aus! Hey, ich kann es wieder sehen! Das sieht nicht aus wie ein normaler Baum. Das ist gut, Mann! Sorry, Mann! Was in der... Es ist aus Wolle! Das Baum, das Graschen... Es ist alles Wolle! Du sagst mir, dass wir alle unsere Hoffnungen haben auf diesen Mann und der ganze Zeit, er hat sich eine Artifizialen Welt zu bauen? Ja. Ja. Das ist ein wahrer Wolle. Das ist wahrer Wolle. Das ist wahrer Wolle, dass Sören hat... ...schwisch, wie es in der Sonne ist. Wenn du ein Haus hast... Wenn du ein Haus hast, dann gehst du und besuchst. Du hast keine Replika zu bauen. Wir kamen hier für nichts! Was? 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 Lukas, bist du okay, Mann? Schau mal auf, Jesse! Wenn der größte Schwerer der ganzen Zeit hat über Jahre gearbeitet auf das... Was sind die Chance, dass er die Bombe überhaupt hat? Ich habe genug verrückt für einen Tag. Was ist seine Probleme? Er ist ziemlich entschuldig. Moment, der ist nicht gut. Ich habe keine Ahnung, er braucht einen Moment. Vielleicht ist er allergisch auf Wolle. Just give him... Just give him... You'll be okay. Hey, Petra! Ich werde mit den Leuten reden, um hier unser Team wieder ein bisschen... ...n bisschen zu pushen und so. Weil die sind wahrscheinlich alle schon ein bisschen fertig. Ich habe mir diese Autos verrückt. Wie geht es dir? Also, auf einer Ebene von... Uh, zu... Uh... Wie fühlst du dich? Somewhere in-between, aber... ... ich stehe auf. Für jetzt. Hm... Ja, okay. Das sind gute Tipps. Hast du noch etwas weirder als dieses Ort gesehen? Eigentlich... ... ja. Ich habe mal einen Villager gesehen, eine große Trenche... ... und sie mit wie... ... 1 Million Karate. Ich glaube, ich werde weiter schauen. Schau weg. Okay. Okay. Ist ja eigentlich echt mal cool zu bauen, naja. Das ist echt. Sieht's cool aus. Soll ich mir auch Minecraft cool vorstellen. Warum ist das hier eigentlich nicht... Warum ist das hier aus Dings gemacht, hier aus Zauntoren? Sieht ja mal cool aus. Finde ich. Okay, erstmal Ruben. Ruben ist eh der Beste. Hey, Ruben! Was soll ich jetzt tun? Ist alles okay? You doing okay, buddy? You doing okay? You doing okay? High five, Ruben. Was soll ich jetzt tun? I know I'm supposed to be looking for something, Ruben. Any idea what? What's that, boy? You see something over there? Well, I'm gonna keep looking. Guckt sich ja weiter die pinke Wolle an. Und denkt, das ist ein Schwein. Könnte eventuell ein geheimer Knopf sein mit einer geheimen Tür, aber ich will mich erstmal unterhalten. Thought you could trick me, huh, fake son? Well, it's not gonna work. What's up, Jesse? Found anything interesting? Just that button. Okay. He doesn't really seem to do anything, though. Okay. Der ist super unauffällig, der Button. Was mit dem was los? Well, he's a long time observer of human behavior. We have no idea. Okay. Wir sind Profis. Try, you know, talking to him. Hmm, das ist ein Plan. I'm gonna keep poking around. Oh, mein, nein. Ich will noch das andere. Ich will noch das andere. Nein, quatsch schon nicht. Wow, wir sind die Option jetzt auf immer ganz oben und nicht mehr ganz unten, so wie es sich gehört. Guck's und klar. You both doing okay? Could be worse. Could be better. I'm gonna keep poking around. Right. What do you want? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, Lucas? Hä? Ich weiß, ich bin ein Problem, okay? Aber... Jesse, ich glaube, dass etwas falsch ist. Mit Petra. Ich meine, du musst du dich nicht sehen. Die Energie brauchen. Die Werte. Die Werte. Die Werte. Was ist das alles? Was ist genau so, Lucas? Aber es ist etwas falsch. Okay? Einiges riesig. Es ist kein Problem. Ich will niemanden schocken. Zumindest nicht ich. Fuck, was mach ich? Okay, ich bin ehrlich. Schau, Lukas Petrus ist krank. Wie lange haben Sie ihn gekannt? Einmal, aber sie hat mich nicht gesagt, was zu sagen. Die Wälder hat sie infektiert. Also alles, was ich überrascht hatte, ist wahr. Das ist meine Schuld, Jesse. Nein, das ist aber nein. Petra ist wegen ihrer Krankheit. Das ist wegen meiner Krankheit. Es ist nicht deine Schuld. Es gibt keinen Weg, dass es wegen dir ist. Wenn ich nicht schocken hätte, dann hätte ich Petra aus der Tractorbeam zu holen. Ich weiß nicht, dass Petra nicht schocken hat. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht bist du richtig. Wenn ein unserer besten Krieger ist schocken... ...weir haben wir noch eine Chance? Nicht, dass wir nicht mit ein paar Grad A Probleme hatten. Aber... Ich bin mit einem anderen Moment... Ich bin sicher nicht mehr... Ich bin sicher, dass wir etwas davon abkünden sind. Wir sind gleich zu tun. Etwa etwas dem, was nicht möglich ist. Es fühlt sich einfach zu kraft. Wenn wir zusammen mit uns zu fast. Nogen. Okay, alles klar, man. Gut, haben wir das mit dem auch geregelt. Kann ich jetzt eigentlich zu Petra gehen und der sagen, ey, hier, der hat was mitbekommen? Kann ich das machen? Wo bin ich hier? Okay, es gibt überall geheime Hebel, merke ich gerade. Kann ich noch mit ihr interagieren? Petra, Petra. Hey. Was weiß, dass du krank wirst? Lukas weiß was. Wie viel von was? Er sieht, dass du dich nicht gut fühlst. Ich versuche es, wie gut ich kann, aber... Du schaust dich, ich schaust Lukas. Ich werde zurück. Ich werde hier sein. Neat! Na gut, das bedeutet wohl ein Dings aktiviert. Da ist der zweite. Ich möchte mir aber die Mühle noch mal ansehen, dass... Doch, dass... Hallo? Well, at least that's not made a wall. Must be all sorts of hidden water systems in this place. Ja, das stimmt. Äh, ich hänge... Okay, jetzt... Kann ich dir noch irgendwas sagen? Hey, Jesse. Ist diesen hier... Ist alles in Ordnung, dass du es gefunden hast? Wie hältst du dich? Ich bin nicht derjenige, du musst dich überraschen. Okay. You haven't found a way out of here, have you? Honestly, I... haven't even been looking. Okay. I just... I just need a little alone time right now. Ähm... 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 Ich muss irgendwie nicht auf die Leber, die du blockst. Dankeschön. Ja. Ja, danke, dass du seitdem gegangen bist. Das war sehr nett von dir. Weil du standest da ganz unauffällig an dem Hebel, den du angeblich nicht gesehen hast. Die Stars und so ananast. Ich muss noch kurz was gucken. Das ist rein theoretisch gar nicht möglich, dass wenn man den Hebel betätigt, dass irgendwas tut. Weil das Redstone wird gar nicht weit genug geleitet, glaube ich. Ne, wird's glaube ich nicht. Da müsste... Der Hebel müsste anders platziert sein, aber okay. Wand. Kann ich die Wand... Wand lauschen? Es klingt, wie... Die Musik kommt durch die Wand. Es sieht ein bisschen wie... Okay. Es sieht ein bisschen wie... Cloudsman out of Glass.